Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Kampf bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit mir von Let's Base als Hobby. Und ja, hier der neue Kämpfer. Wen haben wir? Es ist Elisa XY aus Frankreich. Bonjour, Gruppe D2 mit Wrestler Pikachu. Noch ein Pikachu. Okay, schauen wir mal. Hm, ich glaube, das wird schon wieder mein letzter Kampf. Hm. Das ist ein Konter, so gesehen. Okay. Aber der ist auch in der Luft. Aber zu greifen kann ich ja nicht. Nein. Okay. Sie scheinen auf jeden Fall sehr geladen zu sein. Jojojojo, was die mich hier auseinander nimmt. Nein. Get up. Okay. Sehr energiegeladen, die Frau. Also wirklich. Nicht schlecht. Ich glaube, ich war nur ein Freund zu erleben. Ich glaube, ich war immer gut. Ich glaube, es war immer so. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Dann bin ich ein Wartel. Ich bin... Dann bin ich auf jeden Fall. Ich bin es nicht eingeladen. Ich bin zu verraten. die macht sehr viele kontersachen aber das wo es generell wie eine kugel durch die luft wirbelt und dann generell konnte und das wo sie von oben runter kommt von der erde ist ja auch quasi konnte ja hab dich durchschaut wenn du ständig immer nur konntest weiß man natürlich dementsprechend bescheid dass man hauptsächlich greifen muss sehr schön okay trotz allem gut fight und ja ich muss leider aufhören ich muss noch meinen essen machen für die arbeit und mich auch schon wieder los schade ich danke euch fürs zuschauen immerhin ein paar kämpfe gemacht das tut der selle gut vor allem auch ein paar kämpfe gewinnt auch super ist eigentlich mittlerweile egal welche gegen welche gruppe ich gewinne ich kann froh sein wenn ich überhaupt gewinnt mit soli kuhn nach so langen pausen immer wieder und ich danke euch fürs zuschauen das war pokémon technics auf nintendo switch mit mir von der let's base als hobby in online-rang match viel spaß noch auf youtube bei meinem kanal bis dann tschüss